Die Hechter grüßt euch, grüßt die Kampfrichter, Stellung, bereit, los! Halt! Trefft euch auf die Elbmachstrecke und Elbmachstrecke, keine Wettung, bereit, los! Halt! Ja, okay. Elbmachstrecke und Elbmachstrecke, keine Wettung, bereit, los! Halt! Stich, geht auch los, jetzt zur Brust, was funktioniert. Bereits? Los! Halt! Halt! Statt zu den Armen, die ihr vorliegt, dass die Arme einpuchen wollen. Bereits? Los! Der erste Schlag kommt von unten, geht unter die Achse, höher raus, zwei Punkte raus. Bereits? Los! Bereits? Zeit! Können wir loslegen? Ist das cool, dass die Arme schreit? Druck, das ist der Punkt! Der erste Schlag kommt von oben, alles gut! Bereits? Los! Herr Präsident, der zweiten Schlag kommt von unten, ist das so gut, die erste Schlag kommt von oben. Halt! Gut, hier ist der Punkt! Der E-Sicht geht vorbei. Zwei Punkte für Rot. Bereit? Los! Halt! Zeige. Zwei Punkte. Bereit? Los! Halt! Bereit? Los! Halt! Ein Punkt. Der Kampf endet. 8 zu 4. Fechter grüßt euch. Kommt zusammen. So, ansonsten, gell, hier, ab und hoch. Okay, klar.